Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit folgenden Leuten. Vanva. Hallo. Und Reaper. Juhu. Und der Detective Exe. Hallo. Nein, nicht der. Major Snape. Hi. Johnny. Meine. Beziehungsweise Johanny. Ja. Er, Data, Bronzy. Hallo. Und Cyberbot. Er, Data, brauchen Sie Ihren Soldaten? Jojo, kaufst du? Ich hab grad was nachgesehen, nochmal. Nur so ne technische Frage. Stirbt man durch diese Feuerfalle direkt? Instant? Keine Ahnung. Ist natürlich eben nicht gestoppen. Wie viel Schaden hast du durchdrehen bekommen? Kein Plan, hab nicht drauf geguckt. Das beriet es überhaupt nicht, die zu aktivieren, weil die Macht überhaupt nix. Und wann war fragt man nach, weil er Traitor ist, deswegen. Ja, ja. Eindeutig. Du bist dadurch nicht mehr mein Hilfssoldat, nur noch Slay. Okay. Aber er hat vorher gesagt, so ne technische Frage. Hey. Also ist er kein Traitor. Er will die Technik des, äh... Er ist der Traitor-Falle nutzen. Ja, ja. Ja, genau. Boah. Jojo. Ne, lauf Sie sich vor. Sie sind mein Soldat und töten Sie Jojo. Weil der hat Johnny getötet. Laufen Sie vor. Los, töten Sie Jojo. Äh, hast du be... Woher weißt du, dass er ihn getötet hat? Weil Johnny das... Johnny hat das gesagt. Ach, ich selber wohnt. Okay. Aber... Ja, guck mal, wir gehen Sie vor. Nee, sonst sind Sie auch vernächtig. Ich wollte gerade dieses Baby hier vergewaltigen. Hey, hey, hey. Oh, ho, ho. Warten wir mit Babys vergewaltigen. Ich geh da mal. Tschüss. Nehmt, hast du den Angenommen, Täter? Tschüss. Haben Sie den Angenommen, Täter? Haben Sie den Angenommen, Täter? So krank im Kopf. Ich dachte so, ähm, okay. Jojo, Jojo. Ist er tot? Er hat Stay getötet. Und er hat Johnny getötet. Ey, es steht im Chat, aber... Ja, ich meine, ob Jojo tot ist. Und er ist tot. Ach ja, jetzt hat er es. Jetzt, jetzt ist es... Leider, hat er noch irgendwas gehabt hier? Nein, leider nicht. Achso, das ist die Leiche, die muss ich aber nicht... Aber da hinten die Leiche, will ich mir angucken. Ach, jetzt wird noch jemand gestorben, oder was? Ey, was war da? Ja, ja, ich weiß, aber ich will mir halt angucken, wie die gestorben sind. Wo sollen wir die hin tun? Nein, die bleiben hier, die bleiben alle hier. Ja, aber wenn wir sie hier in deinem Gitter tun, geht das? Warte, 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 alle weg hier, alle weg hier, alle weg hier. Hä, was ist mit der Gitter-Energie? Warte, 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 lass mich ruhig, ich muss weg. Alle weg hier, alle weg hier. Wann war, geh weg. Okay. Ich muss einen Helden wiederbeleben. Achso. Ein Helden. Ach, nett. Ein Helden, die gehen alle weg hier. Ich würde ihm gerade empfehlen, mal, dass er sich die Leute durchguckt. Vielleicht sieht er noch was. Ja, das ist AFK, oder was? Ja, Helden, Spacer. Komm, nehmt ihr eine Waffe mit. Wissen Sie, wer es ist? Eigentlich haben wir die Regeln aktiv, ja. Wissen Sie, wer es ist? Nein? Ist es Reaper? Ist es Narvo? Ja. Ich werde hier von Narvo verfolgt. Ist es Cyberbot? Hm. Okay, er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Vielleicht hätte man ihm ein bisschen mehr Zeit geben können. Der hat die ganze Zeit im Kopf geschüttelt. Der Held, er lebt wieder. Was ist der Major? Also hatte ich... Aber... Äh, okay. Oh, Snae war es nicht. Der ist wiederbelebt worden. Das muss jemand anders gewesen sein. Ja, und ich löse bestimmt nicht die Fälle bei mir selbst auf. Ja, ihr habt einen Autosniper. Snae war das. Der ist Proven, der wird wiederbelebt. Ich bin hinter dich an der Pumpe. Das war Snae, Mann. Snae hat... Der Snae darf schließen. Der hat nur in die Luft geschossen. Das heißt... Und wann war es für mich Proven? Weil ich denke nicht, dass ich die Feuerwehrle bei C-Sails-Office löse. Cyber! Okay, das hört sich da nach oben an. Nein! Doch! Nein! Die ganze Zeit ist sie auf so einer Distanz. War nicht bei dir. Weißt du, der Deck ist so... Da, wo willst du ihn? Nein. Weg! Um die Ecke. Bei Leiden! Aber hauptsächlich, ich stehe in so eine dunkle Ecke. Andere kommt rein und so ein Baby mit Magnet. Ich stehe bitte dunkle Ecke, kauf gerade zu ein. Komm, wann war reinigen? Sieht mich der jetzt ernsthaft nicht, oder? Wie ist der gleich mit der Regel? Sollen wir es jetzt mit die Zombie-Regel machen? Sollen wir jetzt die Regel... Ja, die Regel sowieso. Die andere Regel muss jemand erklären, glaube ich. Die Zombie-Regel beinhaltet, dass die Traitor einen Innocent in der Runde wiederbeleben dürfen. Dieser Inno muss dann die anderen Innos angreifen. Er darf sich nicht dagegen weigern. Und er kann halt auch den Traitor-Kollegen angreifen, weil er nicht weiß, wer der andere Traitor-Kollege ist. So, das ist doch von Halloween auch, oder? Das andere Regel würde ich vor allem sagen, dass die Traitor sagen, ungefähr nur das gut schreiben müssen, was die im Traitor-Shop kaufen. Also jetzt nicht genau sagen, sondern so, dass... Ja, nee, das machen wir nicht. Ja, aber was bringt das denn? Dann weiß man doch sofort, wer Traitor ist. Hä? Nö. Ja, wer erklärt, was er kauft, dann... Ja, so, ja, ja. Was heißt ich? Du sagst zum Beispiel, oh, ich werde jetzt gerne Taube essen, oder sowas, oder was? Ja, toll, dann weiß man trotzdem, dass jemand eine Taube gekauft hat. Oh, der hat eine Taube vor meinen Fenstern gesetzt, oder sowas. Nee, das hat keinen Sinn. Das ist Blödsinn. Du musst halt unauffällig sagen, nicht so, dass alle zwingend hinhören müssen, deswegen. Oh, da muss ein Detektiv! Ich hab einen Johanny hinter mir her. Oh nein, da kommt sie sich wieder die Lupe-Teil. Da schießt sie wieder. Das war ich, sorry. Nein! Mach dein Launchpad aus. Das ist passiert. Das ist ein Touchpad. Dein Touchpad daneben. Was hat denn hier? Mach es aus. Der legt doch einen Lappen vor oben drauf. Das war das Touchpad nicht schön, das war ich leider, was ich nicht sehe. Und schießt nur auf mich. Ah ja. Nein, ich hab auf die Dings, auf die... Oh, ich bin im Heiligen Kreis. Hallo! Ach, warte mal, da hab ich da nicht so einen Button für? Hab ich da nicht so einen Button für uns weggesommen? Ja. Hahaha. Hahaha. Übertreibt mich an. Hahaha. Hallo Reaper. Hallo Reaper. Ich werde die ganze Zeit von Johanny verfolgt. Das heißt Johnny. Nein, da spring ich nicht nochmal drüber. Ja. Äh, ich will nur gesagt haben, hilft dir so mit Papa. Okay, wann warst du gestorben? Oh. Während dessen Anschein. Call Data. Ja, Call Data sei auch was. Äh, warte. Call Data, Call Data, Call Data. Ist eh nur aber egal. Ich lege ihn in den Heiligen Kreis. Ja, trotzdem Call Data. Jojo, woran stirbst du? Hab ich gemacht. Ich lege ihn in den Heiligen Kreis. Hab ich gemacht. Ich lege ihn in den Heiligen Kreis. Ich lege ihn in den Heiligen Kreis dafür. Ich bin zuhörig, da hab ich ihn in den Heiligen Kreis gelegt. Oh. Jojo, warum so vernetzt? Ich bin hier nicht heimgegangen. Bist du, wo ich gesprungen bin? Jemand mit einer Autosniper schießt auf dich, oder? Oh. Achso. Heiliger. Sie sind für einen Anschein. Äh, Johnny, lebst du noch? Jop. Er hat mit einer Autosniper auf dich geschossen. Ähm. Ähm. Hast du ihn nahe genommen? Ja. Ähm. 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 Warte, weck, 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 weck. Ich wollte Passworten sterben. Anständig. Anständig begraben. Wenn du Traitor bist, häng ihn irgendwo hin, okay? Ich gucke auf. Häng ihn auf. Häng ihn auf. Ich gucke auch nicht. Oh. Anständige Begegnisse. Warte jetzt. Alle weg da. Er kriegt ne Plasma ab. Der hat nicht getroffen. Der hat nicht getroffen. Leute. Na? Ex hat selber getötet. Hey, Alter. Snail, Snail, Snail. Du hast ihn getötet. Das ist Jojo. Das ist Jojo. Der ist von oben runtergefallen. Snail. Du hast ihn getötet. Ernst? Oh mein Gott. Ex hat selber getötet. Ich, äh. Halt mich da einfach bei raus. Aufhören zu schießen. Okay. Seiden ja alle. Ich hab jetzt keinen Bock auf Singleplayer. Also... Nein! Oh! Da ist ein toter Traitor. Ja. 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 Hm. Mit der D? Das ist wirklich witzig gerade. Aha, jetzt kann ich das Ding nicht mehr kaufen noch, Menno. Und dann kaufen wir ihm das. Ja. Das sieht komisch aus. Pssst. Pssst. Reeper bist du ein Traitor? Hilfe! Oh fuck, stopp. Okay, what? So, du nimmst noch die Falle, Hexe. Genau so, oder? Digger, übrigens, Johnny. Ja, du bist ja sehr offen da rein, schnell, du bist da durchgelaufen und hast nur den Schaden da durchgekommen. Aber auch selbst, Ney rastet aus, weil Jojo runterfällt und stirbt. Echt? Ney? Echt? Ney? Einer steht da neben mir. Wärst du mit Eno gewesen, ich hätt' dich sowas von umgebracht. Alter, ich fand das so geil einfach, er fällt runter und dritt. Aaaaaaah, er hat die... Es ist der Langsion hier. Aber die ist gleich, die ging so in die Knie und dann ist sie explodiert. Der ist so schön in die Knie gegangen und dann tot. Gute Bückstückheit. Wärst du mich dich umgebracht, dass ich mit dem Eno gewesen wär? Das Bückstück geht. Oh man. Puppet. Hallo. Hallo. Hi. Du hast ganz viel Schokoladen, Moni. Ach man, ihr seid auch ohne Diegel. Boah, jetzt ist Schokolade, ne? Oh ja. Windschokolade. Was ist die Schokolade? Ja, die ganzen Adventsgeber. Warte, danke. Du haufe, den Tope macht dich auf. Da schießt jemand hinten. Eskalation. Warte mal, da wär ich dich so lustig. Hier ist dann Schokolade und du gehst nicht dagegen machen. Boah. Warum sind sie an diesem Friedhof hier? Ähm, ich würd' mir diese Zone aufnehmen, Herr... Alter! Äh, Serverlekt? Ähm, warum? Bei mir auch. Bei mir auch. Ich muss grad meine Knie entlasten. Aua. Okay. Weeper hat sich auch nicht zu diesem Vorfall geäußert. Okay. Ich konnte es nicht, weil ich nichts gehört habe. Was denn? Wer denn? Wo denn? Ja, der Server hat gerade so ein bisschen, ähm... Zappliegen gemacht. Ich hab keine gute Arbeit gemacht. Ach so. Oh, hallo. 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 Ich dachte schon, der Server hatte Parkinson. Na wo? Na wo? Du bist unsichtbar. Ich sehe deine Waffe hier nur rumlaufen. Wie? Ich bin unsichtbar. Also, ich sehe hier nur deine, ähm... Waffe rumlaufen. So, lass mich mal hin. Bin ich unsichtbar, Jojo? Das ist ziemlich witzig gerade. Exe hat gerade auf irgendjemanden geschossen. Also Jojo sieht mich. Aua. Exe hat gerade den Deta erschossen. Dann töte ihn. Hä? Ich war nicht mehr in der Nähe. Ich fand das ziemlich witzig, also... Habt ihr DNA? Na, was ist das so witzig, wie wenn du deine Waffe da rumläufst. Aua. Ich bin dann das Ass im Ärmel, ok? Wer hat mich denn jetzt... Angehöh-... Wann dann angeschossen? Nein, 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 nein. Das ist unfair, das ist unfair, das ist unfair. Random angeschossen. Jaja. Das war Jojo übrigens, aber... Ach komm! Wer eskaliert denn hier? Überall sind Blutflecken. Reaper ist das. Was? Ich hab'n Traitor getötet! So, sagst du's doch. Alter! Ja, sagst du sowas doch vorher einfach. Weißt du, ich hab vom Detective den DNA-Scanner genommen, er und... Ja, aber sag sowas doch, anstatt einfach jemanden zu töten. Ich habe gesagt, Exe ist Traitor, und ich habe gesagt, ich habe die DNA! Ja, ganz ruhig, musst du dich nicht anstrengen. Vorsicht, Melonenmine, Melonenmine, Melonenmine. Kann man die irgendwie zerstören? Ne, ne? Kannst ja drüber laufen. Vielleicht auch irgendwas fallen gelassen hier, was man zum Wiederbeleben nutzen könne oder so. Vorsicht, nicht da, nicht da, nicht da! Äh, warte, warte, warte. Äh, okay. Äh, ja. Könntest du mal deinen Körper wieder herstellen? Na, wo? Das wäre jetzt dezentraktisch. Vorsicht, Jojo, hinter dein, hinter der Wand, hinter der Wand. Da ist nix. Ne, 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 ne. Da liegt doch nur ein Obst auf dem Boden. Hau mich nicht. Nein! Schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass Jojo gestürmt. Durch die Melone? Ja, aber er ist so schnell um die Ecke, dass es, äh... Ja, ja. Ich hatte halt zwei Ecken zur Verfügung, ne? Eine davon... Ja. Ich hab die Ecke nicht gesehen, was? Wie hat Dreamer denn bitte gesehen, dass ihr weggesnipet habt? Also ich hab extra aus... Ich hing da unten die ganze Zeit in ne Ecke, guck hoch und hab dich im Target und seh wie du den, äh, wie du snipest. Okay, okay, okay. Dann komm ich um die Ecke rum und seh, dass da ne Leiche liegt da unten und keiner sagt was so, weißt du? Also, ne. Ist dieses Muni-Pack... Ich hab zwei Leute von daraus weggesnipet. Ist dieses Muni-Pack bei euch rot? Ja. Was für ein Muni-Pack? Die ist in meiner Hand. Mhm. Welches? Was ist denn hier los? Also bei mir war das vorhin eben auch rot. Wo sind eigentlich schon wieder Laserwaffen hin? Ja. Die sind runter, weil die scheiße waren. Die waren geil. Nein, die haben einen Bug verursacht. Äh, Navoka ist immer noch unsichtbar. Ich seh hier so ne MP5 und ne AR-15 rumlaufen. Also ich hab nur ne AR-15 rumlaufen. Du siehst Waffen rumlaufen? Ja, aber nur bei Navo. Wenn die Leute unsichtbar sind? Ja, ich bin unsichtbar. Ja, ich bin unsichtbar. Also bei Navo hängen bei mir nur Waffen im Bauch. Wer nicht? Ich bin unsichtbar für Wanwa. Also ich seh Navo. Du hast bestimmt den Hack gemacht. Ja. Dass ich dich nicht erschießen kann. Ja. Nur für dich. Oh, okay. Ah, Johnny schießt. Ach, der Dete. Ach, der Dete. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Wie kannst du hier rum? Reaper, was machst du da? Wie kann das bitte sein? Was ist mit Kamer? Ich hab keine 1000 Kamer. Warum? Warum stehst du da und hältst da so ne komische Granate oder sowas in der Hand? Ja, er bereitet sich vor. Er bereitet sich vor. Das war kein Smartphone. Ah, die Waffe kommt angelaufen. Das war kein Smartphone. Ah, die Waffe kommt angelaufen. Das ist 100% ein Virus, oder? Das ist 100% ein Virus gehabt gewesen. Das war keine normale Rifle. Oh Gott. Johnny, wir werden dich vermissen. Johnny, wir werden dich vermissen. Tötet, Tötet Reaper. Tötet Reaper. Tötet Reaper. Was? Weil du ihn angestarrt hast. Weil du ihn angestarrt hast. Du hattest keine normale Rifle in der Hand. Das war... Ich hatte ne Granate in der Hand. Ach, das ist Jojo. Und ne, er hatte das dessen, oder? Ein Reaper. Und er hatte ein Virus. Ein Virus hat er auch. Nein, er hat... Und die Schiezen? Der war in seinem Bauch drin. Ja, aber Ex... Ex... Er hat... Er hat Johnny angeguckt. Ich hab mit Johnny und... Warte. Ja. Und ich hab ihn erschossen. Und ich bin sicher, dass ein Virus hatte. Die Rifle hat in seinem Bauch rumgebackt. Ja, aber er hat... Ja, aber er hat... Lol. Wie ist der jetzt gestorben, Servat? Nee, der ist von hier oben. Der ist gekommen und ist durch die Märtyrer. Ach, der ist durch die Märtyrer. Ja, gut. Aber Servat ist auch Prü... Ja, ich hab mit drauf geschossen. Und Reaper hat auf ihn geschossen. Das hab ich gesehen. Ja, genau. Okay, es heißt... Navo, Jojo. Aber ihr habt mich im Anfang gar nicht gesehen. Er steht da... Und guckt rum. Am besten alle... Nicht alle nebeneinander stehen. Navo, ne? Das ist einfach so witzig. Ihr geht jetzt alle drei nebeneinander. Geht alle drei zur Leiche da unten hin. Navo, Wanwar kommt zurück. Wenn du Dete wärst, dann ja. Ich glaub, Wanwar versucht mich gleich wieder zu erschießen. Nee, das geht ja nicht. Ich sehe ja nur deine Waffen. Dann sind Cyber und ich. Sehen alles dann. Ja, aber wir sollen das... Wir laufen einfach ganz... Ihr kommt in die Haupthalle. Ich bin auf dem Niveau eines Detes. Und Jojo trägt einfach die gleiche Welt. Nein, ich will den... Oh, warte. Ja, okay. Manu. Kann ich den abwerfen? Danke. Danke, danke, danke. Gerne. Jetzt bin ich der Dete. Ich hab nen DNA-Scanner. Also wir wissen, was passiert, wenn Navo gleich tot ist. Wir wissen auch, dass der Reaper gleich wieder lebt. Ja, stimmt. Das ist wirklich ein Virus. Ne, das ist ne andere Rifle. Das war auch immer ne Traitor-Waffe. Ja, aber was ist ein Virus? Silenced Rifle. Hier, guck mal. Ja, die schwebt in der Luft hier. Das war definitiv... Neul. Nicht Inno-Like. Wusste ich nämlich. Die hab ich in seiner Hand gesehen. Lebst du noch, Navo? Ja, die ist hinter dir. Und nebst noch Wannma? Ja, ich leb auch noch. Ach, das ist nur Snail, der hier tot ist. Wo ist Jojo denn? Achso, das ist Jojo. Ne, das war... Diese Waffen, ne? Das macht mir immer Angst, wenn so ne Waffe auf mich zugelaufen kommt. Okay, der wird in den Smoke geworfen. Das war ich. Reap, das gleiche geht aus der Smoke raus, sonst lebt ihr noch jemand in der Smoke wieder. Und das ist Wollen wir. Ja, ja, ja. Das wär er. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wolltest du ihn jetzt ernst, wenn die wiederbeleben, Navo? Nein. Wann weiß es? Wann weiß es? Wann weiß es? Alter. Wie ich Navo einfach nicht abschießen kann. Das ist so was vor dämlich. Hä, da fliegt ne Rifle in der Luft hier und darunter liegt auch noch eine, die du auch gemacht hast. Ja, das ist trotzdem nix mit, dass es so Traitor hat und nix Inno-like. Ich hatte nur ne fucking Death Note, nichts anderes. Also irgendwas sollst du mal an deinen Augen untersuchen, ganz im Ernst. Du hast da zwei Rifles gedroppt und wackt die doch nicht im Bauch rum. Aber Reap hast du das nicht gesehen? Normalerweise ist Navo auch nicht unsichtbar. Das war nicht so geil. Warte, ich hab aber auch die zwei Rifles gesehen, oder? Wann war? Was? Du hast doch auch die zwei Rifles gesehen, oder? Und Starobot auch. Nein. Also ich seh nur zwei Waffen bei Navo. Ich hab eine Rifle auf Boden liegen gesehen und eine hat aber beide rumgeschrieben. Bei mir ist nur eine rumgeflogen. Ja, das ist doch jetzt egal. Es scheint heute ein bisschen fagy zu sein. Navo, wo bist du? Nein. Exa hat schon wieder die Falle aktiviert. Ich hab die nicht aktiviert, aber gut. Und wollte damit den Detective grillen. Der will sich hinter mir rechnen. Exa, Exa hat 50% Traitor. Ich folge ihm einfach mal. Ich hab die über Übers gemacht, hallo. Komm, der will sich doch nur an mir rächen. Ich finde es berechtigt. Ich hab dich erwischt. Behalte es Exa einfach im Auge. Ah, wo hast du Navo gesagt? Ich geb sie dir wieder. Hier komm, ich schieße auf den Boden. Dann jage ich euch Angst ein. Wenn Exa... Was ist hinter dir? Das wird eingesammelt. Navo kauft da oben. Nein, 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 nein. Wir geben uns Position. Könnt ihr mir sagen, wo Navo ist? Danke. Hier oben. Was ist denn hier oben? Ganz oben. Bei dem Ding, was... Ah, du bist immer noch eine Shotgun. Jojo? Das ist unkraftisch. Jojo, verfolgt mich. Jojo. Okay. Ich hoffe, die Waffe ist gut. Ich hab Jojo angeschossen. Ja, hier. Okay. Ich hab Jojo gekillt, besser gesagt. Oh ja, das macht dich ein bisschen proven. Oh, dann ist er proven. Okay. Exa. Was? Denken wir ja grad machen, bevor wir in den Augen liegen und so. Scheiße. Job doch. Ach komm. Wer auch immer da fast tot ist, der ist es. Ach komm. Scheiße. Ach scheiße. Da war ich wirklich einmal Trailer, der wusste und dann wäre die zu voll zu schuldig. Irgendwann hab ich selber fast noch getötet. Jojo, warum? Ja, ich... Sag mir da die ganze Zeit Munition. Deta läuft dann vorbei, du mitten durch. Jo, ich bin Deta, ich darf das. Nein, darfst du nicht? Ja doch, Deta hat immer Vorrecht. Jojo war doch eh Traitor. Deta hat nicht immer Vorrecht. Deta ist der Führer, der darf alles. Ich hatte eher gedacht, dass alle mich verfolgen mussten. Das war's, da war's, dass Jojo den Deta umgebracht hat. Wieviel hattest du nach mir noch? Echse. 20 HP oder so. Ich hab wenigstens Cyber... Ich frag mich wie Cyber mein Headshot überlebt hat. Du hast mein Headshot auch nicht. Ich hab da... Du hast mein Headshot auch nicht. Du hattest noch rotes Leben. Ich hab den Headshot. Ich hatte kein rotes Leben. Wenn du mich umgebracht hast, hab ich dir noch einen Headshot reingetragen. Ne, ich war gleich unter dem Tyram oder irgendwo in der Ecke. Bei mir hattest du definitiv noch rotes Leben am Ende. Ach, na wo? Die Woche wieder. Die Woche wieder. Was sollt ihr auch machen? Reaver so ist tot, glaub ich jetzt. Wer ist tot? Ähm... Du ja Claire Rüder und du den Deta übern Haufen geballert hast. Er hat's wieder getan. Ähm... Und das ist schon in meinen Augen schon bekannt. Ähm... Ich würd sagen... Er ist tot ges... Leu. Ich würd sagen, den Deta töten. Echse, du hast ihn getötet. Ne, das war ich nicht. Ne, es ist... Du hast ihn getötet. Oh Gott, wer ist... Ach ja, es ist immer noch Johnny hinter mir. Okay, jetzt vertraue ich dir mehr, Johnny. Die Deta. Ja, gut. Ja, war doch so klar, dass er wieder ins Grund nimmt. Ich bin... Ey! Alter, das war knappste. Das war Aiming hier. Ja. Das hast du da... Okay. Das Problem ist, dass ich dir vertraue, Johnny. Was? Nein! Oha. Nein, Johnny. Nein, warum nicht? Oh, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, geh. Warum? Keine Ahnung. Ich hab... Ich hab Schuld. Warum? Keine Ahnung. Weil... Ja, Johnny, wir müssen das hier mal gleich lösen. Das Problem. Ja, ich hab keine Ahnung. Leute, ich hab Exe gekillt, aber ich bin auch unschuldig und er war unschuldig. Ähm... Hey, ich bin... Cyber, was genau hattest du da? Hattest du ein Wiederbelebungsding in der Hand? Nein! Nein! Ich hab den Dete selbst. Ich wollte den Dete wiederbeleben. Aha. Er hat den Dete wiederbeleben. Aha. Er hat den Dete wiederbeleben. Ja, dann belebt doch mal Reaper wieder. Ja, mach ich doch. Johnny und ich beschützen dich ja auch. Oh. Na gut. Ich würde mal Cyber als Provener ansehen. Außer wenn jetzt... Äh... Äh... Darf Reaper reden als Wiederbelebter Dete? Nee, er darf nicht. Er hat Reaper wiederbelebt und jetzt musste Reaper... Also... Ja. Es ist so ruhig hier. Aber... Ja. Mann! Wenn's rot ist, das ist dann aber auch gar nichts. So. Na warte, Na wie? Und... Wenn das nächste mal Jojo anfängt hier auszuflippen, fliegt er raus. Und zwar endgültig. Dann bist du komplett raus, Jojo. Na, wo ich war Proven, Endo, ich hatte einen Traitor getötet. Ja, aber du kannst doch nicht einfach auf mich schießen. Hab ich doch überhaupt nicht. Du schießt, du hast aber in meine Richtung geschossen und du hast mich beschuldigt. Das war ich nicht mal. War das die Zombie-Regel? Ja, das war ich. Ich hab jetzt, ich hab gesagt, Jujo wieder blieb als Zombie-Regel. Ja, war es auch nicht. Deswegen hab ich gerade auch gesagt, Jujo hat mit Glück, dass er mich jetzt nicht gekickt hat. Nee, aber ich hab echt gedacht, du bist ein Traitor, bis dann das am Ende. Ich hab echt nicht auf mich geschossen. Bevor du, ich wollte, im Moment, dass du geschossen hast und ich gerade Enter drückt, dann musst du ihn nur nicht töten. Nee, es darf so, dass du ihn wiederbeleben. Aber ich, ich wollte ihn wiederbeleben, weil es nicht fair war. Du hättest gerade ihn nur töten müssen. Ja, ist nicht schlimm. Achso, dann war das also wirklich die, die, ähm, Zombie-Regel. Ja, ja, bei mir war es ein Zombie-Regel, aber das wollte es selber eigentlich gar nicht. Ja, ich war nämlich unsicher, ob das beim Data auch gilt. Ich wollte ihn nur wiederbeleben, dass er, das ist auch beim Data. Okay. Ich bin ein Barsch. Ich wollte ihn nur wiederbeleben, dass er, dass ich das trotzdem nicht so, ähm... Weißt du, der brennende Dornbusch? Ja, ich bin der, na, brennt noch nicht, hoffe ich. Hey, Johnny, ist der? Können wir dafür sorgen. Nee, ich möchte nicht. Was hat nochmal der brennende Dornbusch zu Moses gesagt? Ah, mein Hund brennt, ah, ah, ah. Ah, Alter, ah. Mein Busch steht in Flammen. Bitte, danke. Alter, setz, what he is it. Oh, Mann, ey. Oh, Gott. Äh, hier hat jemand Turtles platziert. Nein, da sind eben wieder die Brotlosen. Ja, diese gefährlichen Brotturtles, glaube ich. Brotturtles? Ja, die verwandeln sich bei mir in Brot. Ja, bei mir auch, ey. Auf ein Pilanesbrot. Das hat ein Breadlatern machen. Pilanesbrot, aber. Nein. Oh, mein Gott. Dann ist das Brot schimmelig, würde ich mal behaupten. Komm, da runter. Ah. Ich glaube, ich habe das Brot getötet. Ich habe das Brot oder das Bärd getötet. Nein, das Brot. Bärnd. Der arme Bärnd. Boah, jetzt ein Graubrot, ne? Oh, Mann. Oh, hier liegt ein Brot. Das ist unglaublich. Wie kann ein einzelner Mensch nur so viel Hunger haben? Ja, trage ihn doch. Ich weiß es auch nicht. Wander. Wander ist ja kein Mensch. Hey, Wander ist kein Mensch. Ich weiß nicht, das kann nur daran liegen, dass ich Wander heiße. Das ist nicht die Rätsel. Ja, ich glaube so. Wander ist kein Mensch, da hat er so viel Hunger. Wander ist kein Mensch, aber auf alles andere. Wander ist ein Chia. Oh, Mann, warum bist du Dete? Wirst du wohl Dete sein? Nein, deswegen nicht. Er stand so schön an der Clip. Ich wollte gerade runterschubsen. Warum musst du Dete sein? Hallo. Hallo Major, ich wollte schubsen. Da ist eine Schubse. Ja, mach. Schubse. Hey, hier liegt Blut rum. Oh, Mann. Was hier liegt? Blut? Was? Ein Stück Blut. Oh, das war nicht ich. Das war nicht ich. Na, wo kann ich... Ich, ja, ich habe irgendwas gezeugt. Ich wollte es mir in die Schuhe schieben. Na, guck. Das nächste Mal wird ein bisschen weniger Zeugen. Die Leichen bitte liegen lassen, wenn wir die Zombie-Regel haben. Er soll ja nicht vom Trader wiederbelebt werden. Ja, das ist es ja gerade. Ja, man kann sie doch... Sonst bringt diese Regel ja nix. Oh, man kann sie doch... Der Shader kann mich einfach umbringen. Hinter uns ist jemand schon verstorben. Der Shader kann mich einfach umbringen und die dann wiederbeleben, ne? Also, das ist... Nein, wenn du die Leichen zu meinem Weg bringst, dann geht das nicht mehr. Da liegt eine Leiche. Irgendwie geht's schon. Äh, wo dran ist? Hallo. Kannst du wiederbeleben? Achso, er ist von dem Fahrstuhl verquatscht. Oh mein Gott. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Ich möchte nicht wissen, was du da tust, Exe. Das ist wirklich weiß und auch. Was würden sie sonst machen? Nee, das ist ein Wischwob. Wischwob. Das ist ja nicht schön. Oh! Wow! Der hier ist grad... Jojo. Jojo ist es. Der hat hier grad jemanden erschossen. Hier ist er nicht. Im Büro. Was auch immer das für ein Büro ist. Auf meinen Grabstellen ist er auch nicht. Ja, der ist 100 Pro. Der ist 100 Pro. Okay. Auf meinen Grabstellen ist er auch nicht. Mir ist eine Feuerfalle grad vorbeigelaufen. Ich bin bei Gianni. Ich bin bei Nawoca. Scheiße, der hat mir... Er hat noch 200 Leben. Er lebt noch. Er lebt noch. Okay. Aber es sind nur Freisträger, oder? Ah, der ist oben. Der ist oben. Scheiße! Hey! Äh, sorry Nawoca. Sorry. Nicht campern. Ich hatte kein Date. Kein... Kein Fade. Das wär uncool. Ich bin hier halt geschwöre gleich geballert. Was? Mit der Doppelbeerung geballert. Was? Ja, wirst du überhaupt... Ja, wirst du überhaupt... Ich hab'm Hauptdra... Ohohohoho... Alter... Alter... Ich sag's in dem Spiel nichts mehr. Ich versteh's aber auch nicht. Wie kann ich... Wie kann ich... Wie kann ich... Wie kann ich das... ... dass Sword of killen? Ja, aber extrem, Alter. Aber auf die Entfernung? Ja, Sword of ist wieder OP geworden. Zwischenzeitlich war's es mal nicht mehr. Und jetzt... Die Entfernung? Ja, ist OP halt. Ich hab's ihm nicht veröffentlicht. Nee, das ist der Scheller, der Sword of Death ländert hat anscheinend. Hey! Die Waffe wollte ich haben! Meno! Wenn du nicht abonniert hast, hast du automatisch das Abdeckung geladen. Nein, nein, ich hab... Du bist Dete, du darfst sie auch haben. Oh, Vanva, hallo. Oh, Johnny. Der Dete darf anders. Oh, Vanva. Oh, Johnny. Oh, oh, oh. Alter, die Feuerfalle. Jetzt doch, jetzt. Oh, jetzt. Kommt mir jetzt schwulen Gedanken raus. Warte, warte, warte. Oh, nein, nein. Gönnt euch. Ihr dürft. Wann war er? Da ist jemand gestorben. Ich hab Schaden genommen. Jemand ist gestorben. Es war... Da wurde eine, wird eine gesorgt auf. Johnny, hast du grad jemanden umgebracht? Äh, bitte was? Mit der Sword of? Mit der Sword of? Mit der Sword of? Also ich hab schon mal keine Sword of. Ich kann die Leiche nicht identifizieren. Er lag so nah an der Leiche. Er hat ihn umgebracht. Warte, warte. Johnny hat ihn umgebracht. Na wo? Hast du grad noch auf dich geschossen? Nein, ich hab nicht auf dich geschossen. Aber Johnny hat... Warte mal. Johnny hat Wannbaum... Ah, nein! Er ist da drin, er... Da drin ist der Strait. Stellt euch alle vor den Eingang. Warte, weg da, 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 weg da. Der ist tot, der ist tot, Exe, ich hab ihm einen Headshot gegeben, man. Okay gut. Hätte er noch geliebt. Der hätte ich einen Brand reingeworfen. Und Reapers, glaub ich, der andere. Was? Ich renne hier unten die ganze Zeit rum und weiß nicht, wo ihr seid. Ja, das ist das Problem. Wir waren alle hier und haben auf ihn geschossen und du nicht. Ich muss zugeben, ich hab dich geschossen. Jojo, verschwinde und zwar ganz schnell. Wieso? Es wird gesagt, dass du nicht so bist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Mit Jojo.